hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja wir wollen heute noch mal zwei mal solche booster die minions aufmachen die waren eine zeit lang bei uns vergriffen ich hatte also keine chance neue zu kaufen nirgends wo alle waren sie vergriffen aber jetzt mittlerweile sind sie wieder erhältlich so da haben wir hier den ersten minion hier ist der zweite hier haben wir wieder so eine glitzer karte wir haben hier dieses und zum schluss noch diese karte gut das war booster nummer eins machen wir jetzt booster nummer zwei auf das update hatte ich euch ja auch schon gezeigt so da haben wir hier die erste karte hier ist die zweite karte die habe ich jetzt auch schon wieder doppelt hier ist die nächste karte ja dann haben wir einmal die karte das war ja bei den eiern die seltene figur hier ist wieder eine glitzer karte gut das waren jetzt die zwei booster ja ich hoffe euch hat das video wieder gefallen ihr könnt es gerne teilen auf facebook auf google plus auf instagram auf twitter wo immer ihr wollt habe ich absolut nichts dagegen und ihr könnt auch gerne einen daumen nach oben da lassen ich sage danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal